Das ist nicht die Highschool, Mann. Das ist ein völlig neues Level. Du bist ein Niemand. Wer bist denn du? Jake Bradford. Hier bist du auf dich allein gestellt. Entschuldige, bitte. Bis dann. Ich mach mir echt Sorgen wegen der neuen Typen. Das wird echt ein schräges Jahr, Mann. Zwei Regeln. Kein Alkohol in diesem Haus, keine Mädchen oben in den Schlafzimmern. Sagen wir mal Hallo. Komm, ist doch hier schmuchtig. Hey, Ladies. Ihr verschwendet eure Zeit. Mir gefällt der schüchterne Typ, der auf dem Rucksitzt. Ich will sehen, in welchem Zimmer sie wohnt. Das liegt schwer nach einstweiliger Verfügung. Woher wusstest du, in welchem Zimmer ich wohne? Ich studiere investigativen Journalismus. Ich schätze, dann kennst du auch meinen Namen. Ja, wenn du ihn mir sagst. Die Dinge bedeuten nur so viel, wie wir ihn an Bedeutung beimessen. Es geht darum, sich für etwas einzusetzen. Sie ist ziemlich klug. Nicht so wie die anderen holen Tussis, die hier rumrennen. Dann pass ja auf, dass du nicht rüberkommst, wie so ein Volltrottel. Hey! Hey, du bist blond. Ich weiß. Das ist ein neuer Schulrekord. Ich bin eher der stille Typ, weißt du? Das ist so sexy. Du hast gesagt, du stehst auf den schüchternen Typen auf dem Rücksitz. War das wahr? Ja klar, aber dummerweise bist du gar nicht so schüchtern. Mein Freund! Ich hab's fast mich nicht an! Oh, Calvin, ich bin's Bob. Und woher kennen wir uns? Robbie Weirdig aus der Highschool. Das gibt's doch nicht. Lass dich mal ansehen. Du hast ungefähr 100 Kilo abgespeckt. Wie hast du das gemacht? Das war eigentlich ganz leicht. Schieß los. Ich hab soniert. Sechs Stunden am Tag. Jeden Tag. Seit 20 Jahren.